Hallo, da ist der Name. Tag 1. Wir sind auf dem Weg zur deutschen Botschaft, wo wir sehr viel erfahren werden über das Land, über die Geschichte Tansanias. Dort haben wir unter anderem mit der GIZ und der KFW-Bank interessante Gespräche geführt und auch mit der deutschen Botschafterin Frau Hess. Wir sind sehr dankbar für die Zeit und haben einen tiefen Einblick in die Wash-Landschaft hier in Tansania bekommen und auch in die staatliche Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben hier mit der deutschen Botschafterin oder mit der deutschen Botschaft zusammengesessen, die uns halt ihre Aktivitäten hier in Tansania erläutert haben. Und aber auch die Situation, die hier im Land herrscht. Das sind natürlich wichtige Rahmenparameter auch für die Stiftung, die zu beachten sind. Es ist immer sehr spannend, dass wir hier so verschiedene Expertise hatten aus unterschiedlichen Kontexten. Und ich bin überrascht, wie viel Engagement da ist und die Menschen da irgendwie Gas geben, wie wir tatsächlich bis in die letzte Region rein, wie Dinge zu tun. Wir besuchen gerade eine Kirche, die hier errichtet wurde von deutschen Missionaren. Es sieht sehr schön aus, aber es hat halt immer einen Geschmack dazu, weil es nun mal die Thematik Kolonialismus und nicht nur die Überbleibsminder, wie er immer noch Einfluss hat, sehr auf den Teller legt. Wir waren im Nationalmuseum, haben uns Kirchen angeguckt und versucht, ein Gefühl für die Stadt zu bekommen, was gar nicht so einfach ist. In einer Metropole wie der Restalams leben hier über sieben Millionen Menschen. Wir werden jetzt den größten und wichtigsten Tagesprogrammpunkt angehen, nämlich wir besuchen jetzt unsere Partnerorganisation People's Development Forum, PDF, und machen dort ein Introductory Meeting. Heißt, wir sprechen jetzt darüber, was machen wir diese Woche. Wir lernen mehr, kennen über die Arbeit von PDF und die Menschen, mit denen wir diese Woche zusammenarbeiten dürfen. Wir freuen uns mega drauf. Bis zum nächsten Mal.